im heutigen video soll es darum gehen wir ganz einfach die reihenfolge von seiten in einem word dokument ändern könnte das ganze ist relativ einfach und zwar könnt ihr das ganze so machen dass sie im prinzip erstmal eine neue seite macht also zum beispiel wenn jetzt die erste seite hier auf die zweite seite machen wollt dann machte ich hier erstmal eine neue leere seite das ist diese hier und in dieser hier werden wir jetzt gleich die erste seite einfügen dafür werden wir einfach das ganze hier markieren alles auf der seite ihr könnt es einmal so machen dreifach doppel einfach klicken müsste sagen sein funktioniert jetzt gerade bei mir nicht ansonsten steuerung a das wird auch einfach alles aus ok das wird auch das aus das heißt wir machen das am besten so dass wir das hier alles auswählen drücken strgc also steuerung c und gehen dann nun auf unsere neue leere seite und fügen hier den text einmal ein so jetzt haben wir das ganze gemacht anschließend können wir jetzt wieder zur ersten seite gehen hier einmal wieder alles markieren und löschen und schon haben jetzt hier die zweite seite und hier die ursprünglich erste seite so einfach kann man die reihenfolge vertauschen ich hoffe auf jeden fall ich konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen als ja sehr gerne ein like und abo da lassen würde mich auf jeden fall extrem freuen und wir sagen das war's von mir und bis zum nächsten mal